Hallihallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Rising World, wo jetzt endlich mal wieder die Sonne aufgeht. Beziehungsweise Sonne kann man so jetzt noch nicht sagen. Bisher ist es nur wieder ein furchtbarer Nebel. Ein ganz schlimmer. Aber das Wetter ist hier an diesem Ort nicht so das Beste. Wie? Und die kann man jetzt wieder nicht überlappen. Ach man, schade ums Glas. So. Wieder Glasbruch. Und dann kommt hier die Säule rein. Na okay, dann passt das. So. Nein. hier ein Glas und da ein Glas hier ein Glas und da ein Glas habe ich noch Stein? nein, ich habe keinen Stein mehr sonst hätte ich jetzt hier die Säule wenigstens noch machen können aber hier müssen wir wieder zumachen so dann kann ich hier eigentlich auch schon mal zumachen zumindest bis hier so, da haben wir noch 45 davon ach shit, halt erstmal das Glas 32 Glas haben wir noch kann ich eigentlich zuerst mal oben machen und Glas wir haben, haben wir aus dem Sand alles Glas gemacht ich glaube ja das heißt, wenn wir wieder Glas brauchen dann müssten wir erstmal wieder Sand holen gehen den Gaul satteln und zu den bösen Tigern ähm, ja, nein ist beim Minecraft Minecraft ist beim Minecraft auch so, dass man achso, dann geht's was zur was war das denn jetzt ist auch völlig falsch gewesen hier ist auch völlig falsch gewesen hier ich glaube, ich glaube, ich glaube, das geht tatsächlich nicht ich glaube, das geht tatsächlich nicht ja, das geht auch nicht goddammit goddammit so, dann halt so so geht das doch okay 142 so, dann hier und dann hier weiß ich noch nicht hier müssen wir irgendwie irgendwas müssen wir hier wiederfinden reicht die Höhe hier? Hä? oh tja, so gehen mir die Materialien aus, was? okay, also hier machen wir dann auch die Küchennäsche hier irgendwie so und dann hier Wohnzimmer hier geht's dann raus auf den Balkon Hallo Pferdi Hallo Hallo so, Bart ist soweit fertig gefließt das hier sieht auch aus wie eine Scheibe gut, dann schau ich mal nach Türen erst mal schau ich mal, wie es von draußen aussieht von ganz weit von ganz weit oha was ein glaspalast sehr schick so die Gerüste brauche ich eigentlich auch nicht mehr so das kann ich eigentlich alles von innen machen und ich weiß auch nicht mach ich da noch einen Stock oben drauf mach ich oben Grünfläche oder was für ein Dach mach ich oben das sieht cool aus und das mit den Säulen kommt auch geil so, bevor uns hier irgendwelche Banditen von hier rein kommen geht das wenn ich hier hin nein ok, dann muss ich das von oben machen ja, sieht schon irgendwie geil aus gut, aber jetzt muss ich dann halt doch nochmal auf Jagd gehen auf Steinjagd hatte ich hier nicht die Gerüste drin? hier hatte ich die Gerüste drin ein Block habe ich noch und 10 Glasscheiben ach, und hier hätte ich noch ein Geländerstück gehabt naja, verdammt also, Glasscheiben, ganz wichtig sonst haben wir hier nichts mehr gut ach, das ist schon cool kann man immer schauen, ob der Goal noch da ist ach so, äh, Türen wollte ich noch schauen habe ich schon wieder vergessen äh, Türen, Türen, Türen hier Türen, … … Holz, könnte das hier gibt's nix Man ist auch immer auf dich zu dreh Nein, die hier, nein, die hier, ganz normalerweise, das hier ist eine Bautür. Eine Metalltür, Gittertür, alte Holzabdeckung, Kanaldeckel, andere Kanaldeckel, Zugbrücke und eine Salontür. Oh, die gibt es auch in groß und in ganz groß. Bäh, bäh, bäh. Ich hasse das, wenn man Sachen so drehen kann. Das hätte ich für das Ding gebraucht, ne? 12 Holz, pass mal auf. Nein, nehme ich die Kontrolle. So ist das hier mit den Farben. Ich möchte das einfach so drehen, naja, egal. Okay, das hier ist die hellste. Mal zum Testen. Okay. Naja, ich weiß ja nicht. Nee, 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 nee. Da mache ich dann eher ganz normale Weise rein. Schade nur, eins, zwei, da haben wir zu wenig Holz schon wieder, ach, das Papier, Nasen, die Eimer. Rohstoffe, Holz, wie viel kriegen wir da raus aus diesem Max 36? Na gut. Zwei Stück, Moment, einmal da, einmal da, drei Stück brauchen wir. Dann haben wir hier, und was mache ich mit dem Balkon? 16 mal Eisenstab. Die ist quasi ein Platzhalter erst mal. 16. Kannst du es nicht erwähnen, wie ging das mit Shift? Ne, gehen nur alle. Okay. Na gut. Warum habe ich jetzt das Holz hier in der Hand? So. Eieieieiei. Zack. Die wieder mit ihrem Zugabe. Zugabe. So, wo sind die Türen? Da. Okay. Die machen wir hier hin. Okay. So, und dann mal schauen, können wir die Gittertür... hier hin machen. Hä, ist das jetzt offen oder zu? Und die hier ist falsch, oder? Nee. Ist die falsch? Die ist falsch. Achso, die geht dann auch nach innen rein. Oh, mein Gott. eh ich wollte die so so wollte ich die haben, genau ja, so ist besser so und die hier ist die die ist auch nicht ne, die ist auch nicht richtig aber die kann eigentlich nicht vorne sein ne, dann lassen wir das so sonst haben wir hier diesen Rand drunter ja, und die ist dann quasi der Platzhalter ah, wir haben doch noch Scheiben der Platzhalter, bis wir da eine andere Tür haben ne Glastür, die es hoffentlich bald geben wird ich knurr schon äh, Block einen haben wir noch also, da müssen wir eh hier nochmal hier nochmal entfernen damit wir da die die Glasscheiben richtig hinkriegen so Raster, geh was ist denn da mit meinem Magen los, warum knurrt denn der so kann man denn so Hunger haben so so keine mehr übrig so, hier ist dann immer kalt weil halt hier sichtbar sag ich das so nein komm ich mach das weg das ist doch doof hier dann mach ich dann lieber so eine Dinger mit Slaps oder so so ne Verschönerungen dann hab ich hier noch ein paar Steine übrig und ich dachte eigentlich wir haben so viel Stein gesammelt das dass wir das Haus komplett fertig bekommen so naja hier könnte ich so ne schräge Wand machen theoretisch so so und dann hier so mit einer Schräge runter und dann Sofa oder sowas dahin wär eigentlich ne coole Idee ok hier fehlt mir nochmal eine Etage sehe ich grad ja so hier quasi mit Schrägen dann hier so schräg runter bauen so ein Glas hab ich auch noch ein bisschen übrig machen wir dann draußen einen Balkon hin was ist das da so ein Block das hier sind diese Fliesen im Bad gewesen das sind auch diese Fliesen das hier ist weiß den können wir verarbeiten noch das hier ist alles Holz das ist auch Holz machen das mal so hier Holz hier Stein aber das sind die von draußen ne 106 müsste die von draußen sein vom Pferd könnte ich eigentlich auch mal verarbeiten könnte ich hier hin tun jetzt haben wir gar keinen Sand mehr fürs Pferdi und hier vielleicht Blumen also hier so am Rand Blumen und dann hier so die Laufsteine ja wirklich schön sind die natürlich nicht aber wenigstens verarbeitet so könnte ich hier mit der Deckel im Bad mal weitermachen das ist jetzt natürlich eine Verschwendung hier aber naja gut ja einer so ja so habe ich wenigstens ein bisschen Steine verarbeitet ja gut hier muss dann Säule rein hier muss auch Säule rein hier muss auch Säule rein und dann haben wir hier überall diese Säulen drin sehr schön ja passt gut meine Freunde dann würde ich sagen machen wir eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Rising World bis dahin macht's mir gut Tschüss